Herzlich willkommen zurück nach der Pause. Damit wir rechtzeitig zur Keynote fertig werden, möchten wir jetzt auch weitermachen. Und zwar, ich möchte nochmal auf den agilen Aspekt eingehen, den ich gerade mit Ihnen durchgegangen bin, und zwar wie die Virtualisierung dann aus dem Data World raus funktioniert, auf einer hohen Ebene. Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Familienkarte. Wir haben hier die Karte als Business Key, die Karte hat Members als Business Keys und Sie haben ein Produkt, was Sie als Familienkarteninhaber dann günstiger kriegen. Zum Beispiel die Familienkarte Hessen ermöglicht es, wie Andreas Wiener gesagt hat, ich mit vier Kindern, man kann 5% günstiger beim REWE einkaufen. Ob es dann wirklich günstiger ist, wäre lieber woanders hingegangen, sei mal dahingestellt, aber das bietet die Familienkarte Hessen jetzt an. Wenn wir das mal ein bisschen auf die Seite schieben, dass ich Platz kriege für die Virtualisierung. Wir haben unser Core Warehouse, da ist das jetzt alles drin, das Data World Modell. Wieder Frage nach hinten, wie viele Links sind es diesmal? Also die Antwort ist zwei Links. Wie tue ich Virtualisieren? Ich überlege mir, was brauche ich denn für Dimensionen, um jetzt dieses Modell auszuwerten. Eine Dimension ist natürlich die Karte an sich. Da suche ich mir jetzt den Hub mit den zugehörigen Satelliten raus und baue mir die Dimension Karte auf. Der nächste Schritt wäre, ich bräuchte noch eine Dimension des Produkts. Ich möchte ja irgendwas auswerten. Wie laufen denn die Produkte mit dieser Familienkarte? Und auch hier baue ich wieder die Dimension dazu auf. Und eine dritte Dimension wäre dann die Member Dimension, die auch noch mit dazu kommt. Jetzt habe ich Dimensionen, aber mit Dimensionen allein kann ich ja nicht auswerten. Da fällt mir in meinem Star noch irgendwie das Ding in der Mitte. Und das Ding in der Mitte, hier nennt sich ja Fakten-Tabellen. Da sind Folien durcheinander. Die Fakten-Tabelle, die baue ich aus den Links und den Satelliten drumherum an den Links zusammen, effektuell noch mit ein paar Informationen aus den Hubs und den zugehörigen Satelliten und schreibe dann das alles in eine Fakten-Tabelle, in Anführungszeichen, oder ich virtualisiere es, indem ich eine View habe. Ich hatte gerade eine Diskussion darüber, dass man sagt, ja, ab bestimmten Datenmengen ist Virtualisierung schwierig. Da gebe ich Ihnen recht. Das, was ich Ihnen jetzt hier zeige, sind Ziele, wo es hingehen soll in einer idealen Architektur. In den Projekten, die ich vorher gesagt habe, die Virtualisierung, die hat man nicht von Anfang an. Das ist Schritt für Schritt gekommen, bis wir eine hundertprozentige Virtualisierung hatten. Wir haben mit materialisierten Dimensionen gestartet, mit materialisierten Fakten-Tabellen gestartet und haben dann nach und nach die ganzen Business-Regeln rausgezogen aus den Ladeprozessen, bis dann unsere Tests gezeigt haben, wir können mit den einfachen Selects die Star-Schemas immer wieder aufbauen, wenn wir die Tabellen weggeschmissen haben, mit den gleichen Daten drin. Und dann haben wir gesagt, dann können wir sie auch vollends virtualisieren, die Tabellen. Und so haben wir uns Schritt für Schritt genährt. Es soll nicht von Anfang an das Ziel sein. Sie sollen nicht von Anfang an gleich virtualisieren, sondern es als Ziel in Ihrem Warehouse-Projekt im Auge behaben. Genauso wie die Automatisierung. Sie bauen kein Warehouse-Projekt, um das Virtualisieren zu willen oder um das Automatisieren zu willen, sondern Sie bauen ein Warehouse-Projekt, um Daten an Ihren Fachbereich liefern zu können. Das sind Elemente, die Ihnen helfen, das alles schnell und flexibel zu machen. Jetzt geht es weiter. Sie haben ein abwärtskompatibles Modell. Das haben wir vor der Pause besprochen. Ich hoffe, Sie haben es noch alle parat, was das heißt. Jetzt kommt hinzu, die Fachbereiche der Familienkarte haben entschieden, wir möchten noch Veranstaltungen dazunehmen. Events. Die Events werden dazugebaut, wieder über einen Link einfach angefügt, an mein bestehendes Datenmodell. Jetzt möchte ich einen weiteren Datamart aufbauen. Da kann ich sagen, ich nehme meinen bestehenden Datamart, die Dimension, die kann ich ja wieder verwenden, und sage, ich möchte jetzt die Event-Dimension noch mit hinzubauen und die zugehörige Fakten-Tabelle und auswerten, welche Karteninhaber verwenden welche Events, benutzen welche Events und möchte darüber eben was erfahren. Das ist, wie die Virtualisierung funktioniert auf dem High-Level-Basis, wie Sie aus Ihrem Data Vault die Dimensionen rauskriegen und die Fakten rauskriegen. Und damit sind wir jetzt wirklich im Access-Layer fertig. Wir haben den Business-Layer virtualisiert, wir haben den Access-Layer virtualisiert und sind beim Data-Design. Das Thema Data Vault ist jetzt zu Ende. Ich möchte an Andreas übergeben, der Ihnen jetzt mit dem Information-Design die gleichen Dinge weiterhin erzählt. Gut, Sie sehen wieder das Poster. Wir haben schon erzählt, wir haben hier alles ausgerichtet auf die Entscheiderin. Die Entscheiderin soll hier mit Informationen versorgt werden. Wie die Daten jetzt hochgespült werden, darüber haben wir uns heute ja viel gehört von dem Herr Lerner. Ich würde jetzt erzählen, wie diese Daten aufgenommen werden können, wie die Entscheiderin Entscheidungen treffen kann. Bedeutet, es gibt einmal das, was ich klassisch als Information-Design bezeichne. Information-Design bedeutet für mich klassische Präsentation. Das, was ich gerade hier tue, ist für mich Information-Designte Präsentation. Ich mache, ich verfasse den Begriff so, dass es statische Reports sind, dass Sie Dinge kriegen, die in PDFs klassisch sind oder man schickt eine Präsentation aus dem Monat. Monatsberichte sind oft so in Unternehmen. Und die brauchen eine Notation. So, wenn ich Sie jetzt frage, was sehen Sie? Sagen Sie bitte nicht Flasche. Ich meine natürlich, was sehen Sie auf dieser Flasche, was eigentlich eine Amphora ist. Was sehen Sie? Lachen ist schon mal gut. Ich frage anders. Wer von Ihnen sieht Delfine? Da hinten sehe ich, da. Da sieht jemand Delfine? Wenn Sie Delfine sehen, sind Sie entweder ein Kind, Kinder sehen nämlich nicht das liebende Paar oder haben vielleicht sehr lange Informatik studiert. Aber, nein, Spaß beiseite. Also, nochmal, das liebende Paar sollten alle erwachsenen Menschen hier sehen. Das bedeutet mir Folgendes. Unser Gehirn macht Folgendes. Unser Gehirn guckt darauf und sagt, Sex, zack, hingucken, wir können kaum anders. Hat jeder die Delfine mittlerweile gesehen? Ja, also hier ist ein Delfin, da ist ein Delfin, da einer, hier oben ist einer, etc. Was ich Ihnen damit zeigen möchte, ist jetzt hier keine Sexualkunde. Was ich Ihnen zeigen möchte, ist was anderes. Je nachdem, wie Sie geeicht sind, gucken Sie auf Daten. Bedeutet, wenn ein Vertriebsleiter CEO werden sollte, was durchaus mal vorkommt, dann guckt er immer mit so einer vertrieblichen Brille auf sein Reporting. Dann kommt so eine Geschichte wie, oh, wir steuern hier alles nach Zielerreichung. Ganz wichtig. So, jetzt bauen Sie Ihr ganzes Reporting um, sowieso, etc. Management Reporting, der muss adressiert werden, das ist genau seins. Der hat auch ganz gerne 3D-Pi-Charts und hoch und runter, das machen wir, der will das so. So, jetzt haben Sie folgendes Problem, der wechselt. Ihr ganzes Reporting bauen Sie wieder neu auf, weil da kommt jetzt plötzlich der introvertierte, nachdem es mit dem Vertrieb nicht so geklappt hat, der introvertierte Controller vom CFO zum CEO geworden und schon geht das alles wieder von vorne los. Heißt, machen Sie bitte kein adressatengerechtes Reporting. Als ganz klare Aussage. Das ist Unsinn. Standardisieren Sie. Machen Sie feste Notationen. Ein Beispiel, warum Visualisierung wichtig ist, sehen Sie hier. Wenn ich Sie frage, welcher Standort hat den höchsten Umsatz? Das bin ich hier mit dem Ausmachen. Können Sie die Frage nicht beantworten. Sie müssten den ganzen Text von oben bis unten lesen. Wenn ich Sie jetzt frage, welcher Standort hat den höchsten Umsatz? Köln. Nürnberg. Nun, das war gut. Wenn ich es so zeige, welcher Standort hat den höchsten Umsatz? Sehen Sie alle Nürnberg. Was passiert denn in unserem Gehirn? In unserem Gehirn passiert Folgendes. Längster Balken, größte Größe. Kleinster Balken, kleinste Größe. Machen Sie das mal bitte mit Leuten, die sich so, ich bin so ein Tabellentyp nennen. Also es gibt Leute, die können das unheimlich gut in Tabellen. So jeder Zehnte, ist jetzt nicht empirisch hinterlegt, so meine Beratererfahrung. Jeder Zehnte kann das gut. Es gibt so CFOs, die haben so große Tapeten an der Wand und sagen, da, ich glaube, die haben sich das vorher angeguckt. Aber, trotzdem machen Sie die große Show da im Meeting. Zeigen Sie mal den Leuten das Beispiel. Die meisten sagen dann auch, okay, das ist die Wahl, damit kann ich besser steuern. Ich sehe einfach mehr. Ich sehe Ausreißer halt auch schneller. So, wir sind auch unheimlich schlecht, also richtig schlecht darin, Werte abzuschätzen in Tabellen, Größenverhältnisse. Sie sehen hier verschiedene Länder. Diese Länder haben eine Fläche mal 1.000 Quadratkilometer und dann sind hier Zahlen. Geben Sie doch mal bitte im Verhältnis an, wie groß ist wahrscheinlich Afrika, wenn Sie das hier sehen? Was würden Sie sagen? Wie groß ist so ungefähr Afrika, wenn Sie diese haben? Keine schwere Frage. Afrika, tausendmal gesehen, Tagesschau, Hintergrund. Was würden Sie tippen? Rufen Sie rein. Sie müssen hier jetzt schon mitmachen. Es ist keine Falle. Dreimal so groß wie USA. Größer, kleiner? Etwas größer? Jemand, der etwas ganz anderes sagt? Wer hat denn gar keine Ahnung? Einmal Handzeichen. Weiß keinen Plan. Auch gut. Alle Länder, die Sie gesehen haben, passen in Afrika rein. Ich möchte Sie jetzt auch wieder nicht hier geografisch blären. Ich möchte Ihnen zeigen, dass Sie sagen, auf die Sache gucken und sagen, oh, passen alle Länder rein. Hier waren super Schätzungen, also dreimal war schon sehr groß. Aber meistens kommt immer so der Effekt, boah, ganz schön groß Afrika. So, bedeutet visuell, Aha-Effekte, Tabellen, boah, traue ich mich nicht so richtig. Wenn ich die Frage visuell gestellt hätte, wie groß ist Afrika im Verhältnis, hätten Sie es beantworten können. So, das ist das Plastikerbeispiel, das wir immer wieder zeigen, hier seit Jahren hinweg, wie viele Bälle Sie sehen. Der Trick dahinter ist, Sie können die Frage so sehr, sehr schnell beantworten, wenn Sie strukturiert sind, die Bälle, wenn die Bälle gezeigt werden, markiert, ach, so muss ich das lesen, dann habe ich eine Methode, das zu sehen. Und hier müssen Sie raten. Es ist immer dieselbe Anzahl an Bällen, die ich natürlich zeige, in dem Moment. So sieht aber das Berichtswesen in den meisten Unternehmen auf. Corporate Design auf der einen Seite, wir machen hier so ein bisschen lila, wir machen so ein bisschen blau, das ist cool, der mag das so am liebsten, das machen wir. Einzelne Inseln reporten, einige gehen schon ein paar Schritte weiter und fangen an zu statistisieren, haben hier so Abteilungen, beispielsweise so ein Fünfer rein und machen das. Das geht auch so, wenn man ein Konzept hat, zum Beispiel hat man sich, hat man sich was runtergeladen oder man hat gesagt, darauf setzen wir jetzt oder hat schlaue Bücher auf dem Markt gelesen und das ist das, was ich versuche immer so meinen Kunden zu verkaufen, da soll die Reise irgendwann mal hingehen. Weitere Beispiele, warum wir keine Adressaten gerechtes Reporting machen sollten, ist das. Sie sehen das Sternensystem, also nur ein Teil des Sternensystems und Sie sehen hier vergrößert den großen Wagen. Kennen wir alle? Sehen wir den großen Wagen? So bedeutet, feiern wir ihn nochmal ein, da ist es der Wagen. So in Deutschland, großer Wagen. Jetzt sind wir uns hier einig, dass die Franzosen auf denselben Sternenhimmel gucken wie wir. Annähernd, so bis der Halb. Also zack, die sagen, es ist der Top. USA und China, der Bären, das ist ein anderes Sternzeichen. Die sagen, der Schöpflöffel, warum die vor Essen kommen, ich weiß es nicht. Also die haben es beide gemeinsam, USA und China gemeinsam. Dann Sibirien, denken sie an alle Klischees, die sie haben, die kommen drauf. Der Elch, dann die arabische Welt. Jetzt wird es, jetzt wird es wieder fremd für uns. Jetzt sehen Sie, die arabische Welt ist fremd für uns. Das können Sie auch jetzt nicht erraten, wenn Sie es nicht wissen. Es sind dieselben Daten, es ist derselbe Himmel. Sie sind alle gleich, wir gucken alle gleich drauf. Drei Frauen am Brunnen. Zack. Wenn man es weiß, ist es gar nicht so schlecht. Also, merken Sie diese kulturellen Einflüsse. Und je nachdem, wenn Sie sagen, ich gehe auf meinen Empfänger ein, haben Sie immer und immer wieder dieses Problem. Ein anderes Beispiel ist, Farbe ist unheimlich wichtig. Markieren Sie Sachen, stellen Sie Sachen raus, sagen Sie Sachen, die wichtig sind. Zum Beispiel, wie viele Siebener sehen Sie? Ja, Sie wissen keine Chance, das ist hier alles eine Falle, was ich Ihnen zeige. Sie können nicht richtig antworten. Also bedeutet, machen Sie es blau, schon haben Sie eine Stütze. Färben Sie den Rest mal grau ein und holen Sie irgendwas raus. Zeigen Sie nur das, nehmen Sie andere Sachen zurück. Machen wir leider ganz, ganz selten. Wenn wir es verdeutlichen wollen, grauen Sie Sachen einfach mal aus und ziehen Sie es nach vorne. Dann können Sie es auch fett machen, Sie können es groß machen, Sie können es so ein bisschen schräg machen. Wir gucken immer auf diese Sieben. Abweichung von der Norm, unser Hirn sagt, hingucken. Oder Sie animieren es. Je nachdem, was Sie halt machen wollen. Machen Rahmen drum. Hauptsache, Sie gucken da irgendwie hin. Das ist wichtig zu wissen. Sie müssen halt wissen, dass wenn Sie Farbe gezielt einsetzen, Sie richtig viel kommunizieren können. So, jetzt ein anderes Beispiel. Wir sehen Sachen oft nur in dem Kontext, in dem wir ihn sehen wollen. Bedeutet, normalerweise sollten Sie, Sie spüren ja alle die Falle, A, B, C lesen. Es ist aber auch 12, 13, 14. Sie merken, die Neumann, die Neumann-Klugen sind hier in der ersten Reihe. Die wissen es immer vorher schon. Also A, B, C, wenn Sie es in dem Kontext machen. 12, 13, 14, wenn Sie es in dem Kontext machen. Also je nachdem, wie Sie Daten auch darstellen. Bedeutet, wenn Sie halt eine Vertriebseinheit haben und möchten etwas ausdrücken, was eigentlich in diesem Kontext stehen sollte, stellen es aber so dar, kriegt der Empfänger Probleme. Sollten Sie nicht tun. Deswegen sollten Sie eine feste Notation bei sich im Unternehmen einführen. Wer von Ihnen hat eine Notation im Unternehmen wie Reporting, Dashboard, Berichte etc. funktionieren sollen? Einmal bitte um Handzeichen. Nächste Frage. Wer von Ihnen kennt Professor Dr. Hichert? Wer kennt ihn außerhalb des Konferenzprogrammes und weiß, was er sagt? Nochmal die Frage. Warum haben Sie dann diese Notation nicht? Was der Mann sagt, ist ja richtig. Da müssen wir uns nicht drüber unterhalten. Warum haben Sie diese Notation nicht in Ihrem Unternehmen? Genau. Ja, ich konnte Lippen lesen. Ich werde es gleich nochmal aufgreifen. So. Es gibt nicht nur Professor Dr. Hichert. Es gibt auch Gene Selassie. Ich erzählte vorhin schon, als ich sagte, so, das sind meine Väter, diese alten grauen Herren hier. Das ist so die Basisarbeit, wenn Sie sich mit dem Thema beschäftigen wollen. Wenn Sie Ideen lesen, wenn Sie das machen, dann haben Sie erst mal richtig was geschafft. Was sagt der denn? Der sagt, es gibt Grundtypen und Grundformen. Und da wird ganz klar gesagt, wenn Sie eine Rangfolge haben, also eine Struktur, ein Verhältnis, dann nehmen Sie bitte ein Balkendiagramm. Wenn Sie eine Säule haben, nehmen Sie bitte eine Zeitreihe. Bedeutet, Sie stellen ab sofort alles, was eine zeitliche Entwicklung ist, so dar und alles, was strukturellen Verhältnisse untereinander sind, Standorte, Vertriebsstellen oder was auch immer, stellen Sie untereinander dar. Das ist eine typische Regel. Er sagt halt auch, dass man ein Kreisdiagramm verwenden darf. Es wird immer auf Kreisdiagramme eingehauen. Ich kann es nicht mehr hören. Es ist andauernd immer dieses, Kreisdiagramme sind böse. Sie haben ja gemerkt, es ist ja mittlerweile alles voll mit Information Design, alles voll mit Visualisierung. Als Herr Prof und ich vor vier Jahren hier standen, unser Buch vorgestellt haben, war es damals noch so, es ist nur so ein Trend, das geht wieder vorbei. Herr Wiener, sicher, dass Sie darauf setzen wollen? Na gut. Auf jeden Fall gab es auch damals schon mal, Kreisdiagramme sind gar nicht so böse. Kreisdiagramme zeigen immer den Teil vom Ganzen. Sie können ein Kreisdiagramm besser als alles andere sehen, wie viel ist der Anteil im Ganzen? Ein Kreisdiagramm wird halt nur unübersichtlich, wenn Sie mehr als drei oder fünf Kategorien haben, dann wird es auf einmal so. Herr Hichert lehnt das Kreisdiagramm nicht ab, weil er es schlecht findet. Er lehnt es ab, weil er sagt, die Aussage ist banal. Hat er auch recht. Wenn ich Ihnen jetzt sage, 45 Prozent geht bei Ihnen im Kopf das Kreisdiagramm auf und Sie können es sagen, das muss ich Ihnen nicht nochmal visualisieren. Damit hat er halt vollkommen recht. Trotzdem, da wird der Krieg nicht gewonnen. Sie scheitern nicht daran, in Ihrem Unternehmen das einzuführen, nur weil Sie ein Kreisdiagramm nutzen oder kein Kreisdiagramm nutzen. Das ist nicht das Entscheidende. So, hier nochmal zusammengefasst. Entwicklungen zeigen Sie bitte zukünftig immer so, Verhältnisse zeigen Sie so, Korrelationen bieten sich Punktdiagramme an. Das sagt Gene Selassny oder Selassny, je nachdem, aus welchem Sprachkreis Sie kommen. Dann hier ein Beispiel einmal umgesetzt. So schlecht, Sie kennen auch diese Beschriftung, wenn die immer so weggehen. So gut. So schlecht, so gut. Das machen wir sowieso eher hier schon mal. Sie sehen, das ist jetzt auch arg chronologisch gesortiert, das machen die Amerikaner ganz gerne, dass sie das Wichtigste zuerst nehmen. So und jetzt sagt Selassny, wir können halt, wenn wir so eine Tabelle haben, wenn wir so eine Geschichte haben, sagt der halt folgendes, wir können verschiedene Aussagen daraus treffen. Es gibt nicht nur eine Visualisierung. Es wird immer auch vorgemacht, nimm die Visualisierung und du bist raus und alles funktioniert. Sie müssen sich überlegen, welche ist sinnvoll für den Fall, den Sie darstellen. Bedeutet, Sie sagen jetzt, okay, das möchte ich gerne darstellen und erkennen, seit Januar ist der Umsatz, zweimal der Umsatz kontinuierlich gestiegen. Der ist sogar doppelt gestiegen, sehen Sie hier, nein, Fehler, Entschuldigung, auf der Seite, ist der Umsatz gestiegen. Das hat er hier rausgelesen. So und das würde er sagen, zeigen Sie es als zeitliche Entwicklung in einem Säulendiagramm. Werden Sie aber dann sagen wollen, Umsatz der Produkte untereinander, sehen Sie hier wieder, Mai, dieselbe Tabelle, A, B, C. Im Mai lag der Umsatz von Produkt A weit über B und C, würden Sie es halt so zeigen. Es ist aber immer dieselbe Datenbasis. Heißt, Sie müssen sowieso immer eingreifen. Es gibt nicht die perfekte Visualisierung für das, was Sie aussagen wollen. Und so können Sie es weitermachen, beispielsweise auch im Kreisdiagramm. Wenn Sie sagen wollen, die Region C, der Umsatz ist am niedrigsten, dann markieren Sie ruhig C und zeigen dahin, weil das wollen Sie ja gerade aussagen, da soll ja irgendwas sein. Daher auch nutzen Sie Farbe so, dass es Ihnen ins Auge fällt, dass da die Leute sofort drauf gucken. Dann Barbara Minto, eher eine Mutter als ein Vater. Barbara Minto sagt im Endeffekt nicht, das Buch ist echt anstrengend, das ist wirklich viel zu lesen, es bereichert mein Leben, es hat viel gebracht. Allerdings sagt es ja eigentlich nur eine Sache, das Wichtigste zuerst. Zeigen Sie immer das Wichtigste zuerst. Wir neigen aber dazu, von der Schule aus schon, schon immer, bei Adam und Eva anzufangen. Also, Sie kennen das, ein Aufsatzschreiben, schreibt erstmal eine Einleitung sowieso. Im Reporting sollten Sie immer das Wichtigste zuerst sagen und dann die Begründungen danach liefern. Bedeutet, es ist herrlich, wenn Sie jetzt kommen und sagen, wir sollten China schließen. Ist das eine Aussage, der CEO weiß, was zu tun ist. Dann wird er als nächstes sagen, warum. Dann kommen Sie mit Ihren Argumenten und die Wichtigeren gehen immer weiter runter, bis Sie keine Argumente mehr haben. So, jetzt ist es aber normalerweise so, Hallo Chef, wir müssen reden. Es gibt aktuelle Entwicklungen bei Kunden C, mit dem haben wir gerade das und das besprochen, da und daher und bla 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 und die Daten haben gezeigt, das und so weiter und so fort. Und wenn wir Glück haben, kommt ganz zum Schluss, wir sollten eine Firma in China schließen. Das kommt meistens gar nicht. Es wird einfach nur gesagt, ist so, entscheide du. Und das sagt Barbara Minto, spannende Geschichte, hier damals in Harvard, noch sehr jung, die Dame ist jetzt mittlerweile ein wenig älter. Edward Tufty ist so, ja, ich habe mal einen Tweet dazu gelesen, Edward Tufty ist Gott, der Stephen Fow ist Moses, Rolf Hichert ist Jesus und alle so HCC-Berater, Hichert-Berater etc., sind die dummen Jünger, die einfach blöd hinterherlaufen. War krass, war aber ein Amerikaner, der darf sowas dann sagen. Auf jeden Fall, Edward Tufty ist in Harvard so der Begründer und der hat die Sparkline erfunden. Wer von Ihnen in Ihrem Unternehmen benutzt Sparklines? Wie zufrieden sind die Leute? Sagen wir mal, sind die Leute sehr zufrieden mit den Sparklines? Einfach bitte mal den Arm heben. Sie nutzen Sparklines und keiner ist zufrieden? Oh, sehr zufrieden, ich korrigiere nochmal. Also, die sind nicht richtig akzeptiert? Interessant, spannend. Der sagt zwei Dinge. Er sagt einmal Sparklines, das zweite, was er sagt, mach es einfach. Also kein Rauschen, keine Reaktion, Graphic Excellence nennt er das und das ist so Edward Tufty. Das ist das, wo er steht. Machen Sie solche Diagramme und nicht solche Showdiagramme. Machen Sie kein 3D und Sie kennen das mittlerweile auch alle. So, und er hat dieses Sparklines, wie gesagt, erfunden als visuelle Hilfe in einer Tabelle. Sie sollen also, wenn Sie eine Tabelle lesen und sehen hier irgendwelche Werte, sollen Sie sehen, wie war zum Beispiel das ganze letzte Jahr, damit Sie den Wert in dieser Tabelle gerade einordnen können. Das ist die Idee dahinter. So, Manager mögen das immer ganz gerne, weil sie nämlich dann nicht zwölf Monate zurückgehen müssen und jeden einzelnen Monat miteinander vergleichen müssen. Sie sehen so ungefähr, ist das ein Trend oder ist es kein Trend? Was ich auch ziemlich cool finde, ist, wenn Sie einfach mal auch Sparklines in Texten nutzen. Das macht keiner von Ihnen. Also das habe ich auch das erste Mal gesehen. Es ist auch niemand da, den ich kenne. So, also, bedeutet, der Umsatz 1,5 Mio, dann sehen Sie, das ganze Jahr stieg um 3% zum Vorjahr. Wäre eine Aussage und dann machen Sie eine Sparkline in den Text rein. Das heißt, Kommentierung mit Visualisierung. Jetzt sagen Sie alle, oh, das sieht ein bisschen komisch aus, ein bisschen ungewohnt. Sie alle, fast alle, machen das jeden Tag. Sie merken, wir machen unsere Folien relativ früh am Morgen vor so einer Messe. Wir machen das ganz normal. Wir schreiben Text, machen Smileys dazu, unterstützen unsere Aussage. Es ist völlig normal für uns geworden. Es gibt auf Instagram Beschreibungen von Fotos, die einzig und allein nur noch mit Smileys sind. Also nur noch mit diesen Emoticons arbeiten. Da ist es ganz normal, der Trend geht da hin. Aber so eine Sparkline in den Text, oh, der Wiener ist ein verrückter Hund, oh, das können wir nicht machen. Hier jeden Tag. So, jetzt der nächste große Schritt, der auch mein Leben verändert hat, als sich Rolf Hichert damals hörte und sagte, das will ich machen und nichts anderes mehr. Der Herr Feist und der Hichert machen hier diese International Business Communication Standards. Und dort ist die große Leistung, die wirklich große Leistung, er hat eine Notation eingeführt. Also Selassny und Barbara Minto ist ja überall mit dem Boot, Tafti, findet auch alles ganz toll. Aber das ist die große Leistung zu sagen. Das aktuelle Jahr stellen wir immer schwarz dar, den Plan immer hohl, den Vorkast immer schraffiert und das vergangene Jahr grau. Das ist halt so die Leistung, die er mit reingebracht hat. Zudem sagt er, wir brauchen für alle Diagramme, für alle Sachen, erzählt er ja gleich alles selber, nur damit Sie es einmal gesehen haben, brauchen wir Titelkonzepte. Ganz klar strukturiert, wie sieht so ein Titelkonzept aus? Und da unten sehen Sie eine klassische Hichert-Grafik. Bedeutet, Sie sehen Abweichung absolut und Abweichung prozentual. Die Abweichung prozentual, die Sie hier rechts sehen, das sind diese Nürpsis, das heißt, Sie erkennen am Diagramm schon, das sind Prozente und das sind absolute Werte. Hier ist das Ist und da haben Sie noch den Planwert. Und so können Sie damit arbeiten. Das wird ihr jetzt nachher wirklich in Gänze vorstellen. Das ist sehr, sehr, sehr sehenswert. Hier nochmal ein Beispiel, wie dann Selassny und Hichert zusammenkommen. Entwicklung zeigen Sie ab sofort immer so, hoffentlich, und sagen, das ist meine Entwicklung, da ist meine Abweichung, da ist meine Abweichung im Prozent. Und wenn Sie strukturelle Verhältnisse haben, machen Sie es analog, kippen es nach Produkten, Abweichung zum Vorjahr, Abweichung zum Plan, was Sie auch immer interessiert, Abweichung in Prozent. Und damit können Sie halt sehr, sehr gut und effizient arbeiten. Wir hatten gestern ein langes Gespräch, da ging es jetzt, Cognos wird auch demnächst eine Lösung haben, wo Sie auch Hichert-Diagramm haben. Und wenn Sie dann die richtige Beratung wählen in der Geschichte, dann können Sie sowas auch über Cognos abbilden. Wir haben gestern im Vortrag gehört von Bluford und von Herrn Kohlhammer, dass der Trend auch dahin geht, dass die anderen Produkthersteller alle nachziehen. Es gibt immer mehr Lösungen, es gibt immer mehr Lösungen. Trotzdem hat sich vorhin kein Mensch gemeldet, als ich sagte, wer hat so eine feste Situation da. Das ist erstaunlich. Also ich habe immer eigentlich gesagt, die Kunden wollen das alles. Habe ich immer erzählt, hier haben wir propagiert. Die Produktbehersteller bewegen sich nicht. Jetzt bewegen die sich. Jetzt ist dann so die Geschichte, jetzt wollen die Kunden dann doch nicht so richtig. Dann kaufen sie Templates. Ach Herr Wiener, es passiert alles nicht. Folgendes passiert. Wenn ich auf ein Projekt komme, passiert Folgendes. Die Leute hören das entweder von mir zum ersten Mal oder von Herrn Hichert zum ersten Mal oder von irgendjemandem zum ersten Mal. Dann ist die Motivation so. Die Leute sagen, machen wir ab morgen. Haben wir verstanden. Das geht so richtig ab. Dann bauen sie die ersten Berichte. So. Und dann muss ich die aus dem Tiefental der Tränen holen. Wir nivellieren das auf so eine normale Geschichte und sagen, ja, das kann man machen. Das funktioniert. Wo sind die Einschränkungen? Und jedes Unternehmen ist anders. Also was ich jetzt gelernt habe, ist, wir gehen von dem Standard immer aus. Wir bringen es auch rein. Aber man muss auf die Spezifika des Unternehmens reingehen. Händler denken anders als Banken. Es ist einfach so. Und das müssen Sie sich mal festlegen. Müssen Sie machen, tun. Hier noch ein kurzer Ausblick. Typische Hichert-Tabelle, auch von ihm. Engelchen heißt toll, Teufelchen heißt doof. Engelchen hat das Ding bekommen. Das können Sie sich alles runterladen, angucken und sehen, wie das funktioniert. So, da habe ich gesagt, dann kam hier mein großer Bruder in mein Leben und sagte, wir sollten mal so ein Buch schreiben. Haben wir dann ja auch gemacht. Und dort haben wir drei verschiedene Ebenen festgelegt. Wir sagen einmal Information Design, Visual Business Intelligence und Visual Analytics. Information Design, wie ich eingangs sagte, Folien, Berichte, Excel, etc. Visual Business Intelligence ist in dem Moment, wenn jemand interaktiv agieren kann. Und damit meine ich jetzt nicht einen Filter in Excel setzen, sondern wenn er halt mit den Daten spielen kann, wenn er sich die anders angucken kann und wenn er Dashboarding nutzt. Dann Visual Analytics ist das, was der Herr Kohlhaber gestern auch beschrieben hat, richtet sich an Data Scientist, explorative Datenanalyse, auch oft am Data Warehouse vorbei. Also Herr Lerner und ich haben jetzt nicht so viel zu tun mit dem Thema Visual Analytics. Wir unterstützen dann meistens immer beim Thema Visual Analytics, wenn es ins Reporting, zum Management geht. Also wenn die coolen Data Design, Data Scientist, in den Firmen irgendwas rausgefunden haben, dann versuchen wir immer die Schnittstelle wieder zu bringen, was hat das gebracht, das ordentlich zu reporten, weil die Jungs sagen immer den ganzen Tag, ist doch klar, sieht man doch alles. Das ist nicht jedem Manager und nicht jedem Entscheider sofort klar, was man da sieht. Das sind sehr komplexe, schwierige Grafiken. So haben Sie die Jungs hier nochmal da, der Entscheider hat eine Krawatte, der BI-Inwender hat keine, Sie merken, wir lassen kein Klischee aus und der Data Scientist hat eine Brille. Und hier sehen Sie das interaktive Element, was Sie hier nicht haben. Jetzt gibt es oft diese Geschichte, Trend Mobile BI. So Manager müssen so ein iPad haben und dann auf dem iPhone. Alles machen, entscheiden. Laufen über den Flughafen, gucken drauf, China schließen, rufen an, machen, easy. So läuft es nicht. Das ist Unsinn. Also, ganz ehrlich, ich bin kein Freund von Mobile BI und kein Freund, wenn Entscheider Mobile BI kriegen. Stehe ich ziemlich alleine da mit der Meinung, weil andere verkaufen das halt, aber trotzdem. Nein, ich sage halt folgendes, ich glaube, dass man auf einem Mobiltelefon keine richtige Datenanalyse machen kann, keine ordentlichen Entscheidungen, keine wichtigen Entscheidungen treffen kann. Das kann ein Entscheider, soll aber wichtige Entscheidungen treffen. Ein BI-Anwender kann sehr wohl Mobile BI haben. Also angenommen, Sie sind jetzt Vertriebsleiter, möchten Ihre Zahlen sehen, sich vorbereiten, Kundentermin, das macht Sinn. Aber bitte nicht immer diese hohe Entscheidungsebene, immer ganz oben aufhängen. Aber die Jungs da oben wollen ja alle das iPad, deswegen kauft man denen das, macht denen das, macht irgendwelche Apps und solche Geschichten. Ich traue der Geschichte nicht. Und immer, je mehr wir da waren, haben auch mehr CFOs immer gesagt, die sind da eigentlich immer relativ kritisch schon gewesen, Herr Wiener, kann das sein, dass ich das auf dem iPad gar nicht brauche, dass wir das Geld sparen können, weil ich kriege das ja jetzt geschickt, wir haben hier genau klar, wie das da noch ist, Auswertung. Und wenn die einmal verstehen, dass diese Entscheider, also wirklich oberste Ebene, sollen doch hier nicht zum Datenanalysten werden, die Jungs sollen doch nicht da unten irgendwo rumwühlen und selber was machen, dann können die Controller auch ihre Sachen packen und gehen. Die sind dafür da, um das zu machen. Jetzt können Sie sich aber selber, müssen Sie sich mal vorher eine Frage stellen. Wir sind ja hier eher IT-affin. Jetzt müssen Sie sich folgende Frage stellen, wo Sie als Beiler sein möchten. So, ich mache jetzt, wie es auch jeder macht, wie Bark es macht, wie auch Gartner es macht, einfach mal einen Quadranten. So, jetzt sage ich hier, ich habe viel Einfluss auf das Business. Also das ist hier wirklich businessseitig viel Einfluss. Dann sage ich hier, die Datenmenge. Hier unten ist die höchste Datenmenge, hier oben ist die niedrigste Datenmenge. Und wenn Sie das sagen, Einfluss auf Business, wo müssen Sie sein? Gibt es folgendes, Sie haben hier Datenbeschaffer. Das sind so Wühler, die einfach nur die Daten immer irgendwie hochschaufeln. Viele Daten, wenig Einfluss auf Business, habe alles geliefert, passiert keine Entscheidung, ist mir egal, habe meinen Job getan. Finde ich viele, bei denen das so ist, finde ich nicht so ganz so gut. Dann haben Sie Leute, die sind hier, so klassische Data Scientists, wie zum Beispiel jetzt bei der Commerzbank, die richtig Zugänge haben ins Top-Management und dürfen da so quer am Data Warehouse vorbei reporten, dürfen alle möglichen Sachen machen. Also heißt, die haben viel Datenmenge. Dann haben Sie hier solche Sachen, die nenne ich die Butler. Also die Fachabteilung schreit rüber und sagt, ey du, bereite mir das mal auf. Nachdem ich bin selber zu faul, in den Daten zu gucken, kann es auch nicht so richtig. Dann immer so auf Zuruf, Ad-Hoc-Reporting. Krausig. Krausig. Die wollen das so haben und hier und da. Butler. Oder Sie überlegen sich, warum Sie die Chance als Be-Eiler haben. Sie werden auf jeden Fall die Controller, wenn Sie das Leben schwer machen. Vernünftige Controller bewegen sich Richtung BI. Sehr, sehr gut momentan auch. Nur die Be-Eiler sind alle nette Menschen. Das Problem ist, die sind nicht ganz so ellbogenmäßig und sagen, mache ich die alle, schaffe ich alles. Aber Be-Eiler sollten dahin streben, hier Business-Partner zu werden. Be-Eiler sollten sich zur Aufgabe machen, ich bin hier nicht derjenige, der nur schaufelt. Ich bin derjenige, der hier Entscheidungen beiführt. Ich bin derjenige, der hier zeigt, wir machen Business mit meinen Methoden, mit meiner Technik. Das können die Controller mit den Excel-Tabellen nicht. Das ist so eine Aufgabe. Wenn Sie das nächste Mal in der Gehaltsverhandlung sitzen und sagen, ich habe ganz super die Daten beschafft. Ich mache das ein bisschen polemisch, Sie merken das. Ich habe ganz super die Daten beschafft. Ganz toll. Wenn Sie aber sagen, kannst du dich an die drei Entscheidungen erinnern, auch polemisch gesagt, die wir getroffen haben aufgrund meiner Analysen, meiner Bereitstellung, was kommt. Das ist aber leider nicht die Realität. Also die BILer gehen oft nicht diesen Weg, obwohl ich es befürworten würde. Also bedeutet so viel zum statischen Reporting. Unsere Entscheiderin bin ich halt wirklich ein riesen Fan von. Jetzt ist die Welt aber oft anders, dass man auch sagt, die Entscheiderin kann ja auch eine tiefe Ebene sein, kann auch BI-Anwenderin sein. Das muss ja nicht immer Top-Management sein. Es gibt ja Führungskräfte, die brauchen Zahlen, die machen es nur in ihrer Abteilung, dürfen das nur bei sich sehen. Das heißt, geben Sie den Leuten auch Möglichkeiten, interaktiv auf die Daten zu gehen. Wir nennen das auch Self-Service. So, jetzt hören Sie schnell, oh, Self-Service. Ich kann Sie verstehen. Sie geben dem, meine Fachabteilung, macht und machen alles Mögliche. Die können jetzt alles selber machen, können sie natürlich nicht, geht alles gar nicht. Das wird das neueste Trend, ist dann, Sie machen Self-Service und dann werden in der Fachabteilung und dann macht man ITler und BIler zu Fachabteilungsleuten, die dann da reingehen, weil Sie das nicht auch hinkriegen. Wir sagen, machen Sie lieber als BI-Abteilung Manage Self-Service. Geben Sie Regeln vor, Notation, sind Sie derjenige, der treibt. Zeigen Sie Ihr Management auf, wir machen hier was, wir haben das. Wir unterstützen das Controlling in Ihrer Entscheidung. Managed, also Sie müssen das in der Hand haben. Self-Service heißt nicht Freiheit und mach, was du willst. Dann haben Sie wieder diese Bälle. Aber Sie kennen das, die wollen alles selber machen. Da kommt Steven Few ins Spiel, den ich mittlerweile auch sehr verehre. Der ist ein bisschen gemäßigter, hat den Bullet-Grafen erfunden, das ist ihm so zuzuschreiben und er redet davon, wer braucht eigentlich ein Dashboard, wann macht ein Dashboard Sinn und wer sollte eins haben. Drei Teile hat er, operatives Dashboard, strategisches, analytisches. Operative Dashboards haben zum Beispiel Vertriebler mit der Zielerreichung. Hier in einem Callcenter, wo ich schnell agieren muss, wo ich einfach nur monitore. Strategische Dashboards, das können Sie auch als Buch nachlesen, das schicken wir Ihnen auch gerne zu, können Sie auch auf diversen Seiten, das ist also zigfach veröffentlicht. Strategische Dashboards arbeiten stark auch mit Visualisierung. Man versucht, Leute abzuholen, versucht Entscheidungen herbeizuführen. Wenn Sie sich mal die Mühe machen, Ihre Reports, Ihre Dashboards danach zu klastern und schmeißen alles raus, was entweder analytisch ist, was operativ ist, wenn es ein strategisches ist oder umgekehrt, das lohnt sich. Sie kriegen Klarheit in Ihre Berichte. Und dann, wenn die Leute sagen, ich möchte alles haben, fragen Sie mal zurück, wollen Sie ein operatives, strategisches und so weiter, wofür nutzen Sie das? Und Sie haben so eine Methode, Sie müssen die Leute nicht angreifen auf Business-Ebene, Sie können sagen, ich habe hier so eine Methode, danach mache ich das, ich cluster das. Funktioniert super. Kurzer Exkurs, was Sie beim Dashboarding beachten sollten, bitte machen Sie keinen Scroll in irgendein Dashboard rein. Also, sprich hier, diese Geschichte hier unten, machen Sie das nicht. Es gibt der mehrfach empirische Untersuchung, dass kein Mensch rüber scrollt. Und in dem Moment, wenn es dann doch einer tut, hat er alles vergessen, was er gerade gesehen hat, weil er interagiert hat mit dieser Geschichte und dann sind wir relativ schlecht als Menschen, klack zu, wissen wir nicht mehr. Bedeutet, benutzen Sie bitte keinen Scroll, zeigen Sie alles. Dann das Nächste ist, zeigen Sie so viel, wie Sie können, auf einmal. Alles, was geht. Richtig viel auf einmal. Ich weiß, Sie haben es alle anders gelernt, man soll wenig zeigen, KPIs, Tachos, Ampeln, super cool. Nein, zeigen Sie so viel, wie Sie nur können. Was sehen Sie? Sie trauen sich jetzt gar nicht mehr. Sie sind sowieso schon schüchtern. Ein Elefanten, sehr gut. Wer sieht Delfine? Dummer Scherz. Nein, also, Sie sehen, es küssen sich jetzt gleich zwei. Wenn ich das ganze Bild zeige, sehen Sie, Sie haben einen Fehlschluss begangen. Das heißt, wenn Sie nur Ausschnitte zeigen, wie hier, und nicht alles auf einmal, können Sie das Business vielleicht gar nicht übersehen. Weil Sie sagen, hier, da küssen Sie sich gleich, da sagen Sie, gehen Sie aneinander vorbei. Verstehen Sie, was ich meine? Je nachdem, wie Sie Daten präsentieren. Deswegen so viel wie möglich. Ein anderes Beispiel, warum Sie das nicht machen, sollten also nicht wenig zeigen, sondern viel zeigen, ist das hier. Das ist hier so ein Balken, so eine Auswahlliste, wie so oft so ein Dashboards ist. Sie können jetzt Deutschland anwählen, in Frankreich, Italien, Spanien und so weiter. Jetzt haben Sie hier den Juni, Y-Achse auch ganz schlecht, aber egal, haben Sie den Juni und raten hier den Wert. Wir sagen mal, das ist 122. Jetzt würde ich diesen Wert im Juni in Italien ja so gerne mit Deutschland vergleichen. Bedeutet, Sie müssten jetzt Deutschland oben anklicken. Was macht der Entscheider mit so einem Dashboard? Der nimmt sich einen Zettel und einen Stift, schreibt auf 122, klickt auf Deutschland und vergleicht dann den Wert. Bedeutet, Sie haben Millionen ausgegeben. Sie beschäftigen IT und BI-Abteilungen und nachher, um wirklich, um nachher sich hinzustellen, mit Zettel und Stift die Sachen zu vergleichen. Deswegen, alles auf einen Schlag. Immer. Jetzt können Sie Deutschland mit Polen vergleichen, sehen die Verhältnisse untereinander, gleich skaliert zueinander, Anteile am Ganzen durch diese kleinen Balls und dann, genau umgekehrte Logik, wenn Sie jetzt Deutschland vergrößert sehen sollen, weil Sie Juni und Juli interessiert und die Abweichung, klicken Sie drauf, BI, Trilldown, kennen Sie? Dann klicken Sie drauf und zeigen dann wieder im Großen und Ganzen Deutschland mit den Abweichungen. Dann haben Sie einen anderen Zugang einfach nur gewählt. Das liegt hier nicht an den Tools. Das liegt auch nicht daran, ob Sie irgendwas einsatzmachen. Klar, Hichertools sind cooler, besser, toller. Sie können aber auch diese Regeln mit ganz normalen Standardmitteln, erreichen. Wir machen uns nur nie Gedanken darüber. Wir entlassen das auch oft so den Fachabteilungen. Die sollen sagen, wie Sie es haben. Nein, gehen Sie proaktiv rein. Sie wissen es doch ab heute besser. Dann auch Ben Schneiderman mit seiner Tremap. Riesending. Jeder Informatiker kennt eigentlich die Tremap. Dann kommt der Herr Wiener von außen rein für teures Geld und erzählt dann, die Tremap ist was Tolles. Und dann immer die IT-Abteilung schon immer so gähn. Also kann man richtig sehen, schon tausendmal gesehen und so weiter. Und die Fachabteilung finde ich ganz spannend. Da kann ich ja so die Anteile sehen und machen und vielleicht kriege ich das als Dashboard als erstes schon und kann ich mir dann nachher das angucken. Und dann sitzt die IT immer so völlig fassungslos da und sagt, das können wir hier aber schon seit Jahren machen. Dann sagt die Fachabteilung, das wussten wir nicht. Und jetzt setzen wir es mal richtig auf. Also auch der Impuls von außen, weil oft einfach dieses Missverständnis steht, die Fachabteilung, es gibt eine amerikanische Studie, da können nur zwei Prozent angeblich, haben die Tremap im Einsatz in ihrem Unternehmen. Also mittlerweile haben wir die schon bei so vielen Unternehmen hier in Deutschland gemacht, wo ich sage, das haben schon mehrere hier in Deutschland, die kommt also auch sehr, sehr gut an. Wie ist sie zu lesen? Größe des Rechtecks ist Größe des Umsatzes, wenn Sie jetzt hier einen Baumarkt haben. Haben einen Baumarkt. Größe des Rechtecks ist Größe des Umsatzes. Bedeutet, Garten hat den größten Anteil am Umsatz des gesamten Baumarktes. Das sehe ich hier mit einem Blick und sehe, Auto hat den kleinsten Umsatzanteil von allen Segmenten, die Sie hier sehen. Und darunter gibt es jetzt Produktsegmente. Garten hat Pflanzen, Handgeräte, Dünger. Dann sehen Sie Farbe. Rot bedeutet ganz, ganz schlecht zum Vorjahr, je röter der Wert wird. Grün bedeutet umso besser zum Vorjahr. Jetzt sehen Sie, Garten läuft gar nicht. Dünger ist das gallische Dorf. Also da können Sie sehen, oh, da läuft es noch. Und Pflanzen rauscht völlig ab. Jetzt haben Sie ein Meeting, zeigen das mal und die kommen alle zusammen. Haben Sie hier ein Meeting und zeigen hier, Auto kommt reingelaufen, wir müssen dringend über Öle reden, das ist völlig abgerauscht. Ganz schlimm. Sie sollten sich vielleicht eher auf die Pflanzen konzentrieren. Hier ist Business Impact. Hier passiert gerade was. Hier müssen Sie vorsichtig sein. Bedeutet, klicken Sie rauf, sehen Sie die Details danach wieder auf Anfrage. Können Sie eins zu eins auch so ein Buch nachlesen. Wir haben das Ding jetzt mehrfach umgesetzt. Ich habe gestern auch von einem Kollegen gehört, von einer anderen Firma, die es auch ganz erfolgreich umgesetzt haben. Das Ding ist im Kommen, obwohl es uralt ist. Uralt. Aber es ist wirklich eine gute Geschichte, was zu machen. Wir bauen oft so Leuchtturben-Reports bei unseren Kunden und sagen, einmal klassische Notationen, die das Unternehmen hat, einmal Tabelle machen wir ordentlich und einmal machen wir die Tremap mit den Möglichkeiten. Da bin ich auch wieder ein Freund von Mobile BI. Also wenn das jemand auf das Dashboard am Anfang kriegt, jeden Tag draufguckt und hat dann auf seinem iPad diese Geschichte. Das finde ich klasse, weil dann kann er sich gucken, wie läuft das gerade und vergleichen und so. Finde ich klasse, aber sonst die meisten Mobile BI-Einwendungen kommen Sie. So, jetzt zeige ich das nochmal vollständigkeitshalber, weil ich das immer zeige. Mein Lieblingsbeispiel auf dem iPad. Bank Management Summary Corporate Risk Management. Hört sich wichtig an, ne? Die machen bestimmt was ganz Krasses. Also wo man sagt, boah. So, was machen die? Sie sehen wieder Nürbsi. Sie merken, das Wort Nürbsi geht immer. Diesen Nürbsi hier, den können Sie mit dem Finger anstoßen, so runterziehen. Dann fängt er an, wie das Glücksrad, klackert auch mit Sound und der bleibt dann zufällig da stehen und zeigt dann die Werte hier oben an, wenn Sie hier rot ausgewählt haben. Also bedeutet, spielerisch, locker, leicht, flockig. Das ist albern. Wenn Sie so eine Firma steuern, wenn Sie so Sachen machen, würde ich mir überlegen, ob Sie nicht woanders arbeiten sollten, wenn die Leute so Entscheidungen treffen. Weil dann kann ich morgen Ihre Entscheidung treffen. Dann kann ich halt sagen, kein Problem, alles grün, die Projekte, weitermachen, alles rot, stoppen. Sie wissen, was ich meine. Also bedeutet, das ist kinderisch, das machen Sie alle. Also ich kann Ihnen jetzt tausend Beispiele hier zeigen, das sieht alles so aus. Also Board, mein Lieblingsbeispiel, 3D, Pi-Chart. Wenn Sie hier was erkennen, das ist Original, das ist Werbung, das ist Marketing. Board ist aber bald von der Liste weg, wir machen bald einen Workshop, das wird super. So, auf jeden Fall. Dann auch, Herr Jürgen Kohlhammer wird immer wieder gequält. Das ist er hier, da sitzt er. Herr Stahl hat das Foto gemacht im SAS-Forum und dann wurde gesagt, so Herr Kohlhammer, jetzt sagen Sie mal, das sind aber gute Tachos, das sind super Tachos, oder? Und Herr Kohlhammer so, oh, der ist jetzt nicht so laut wie ich, der ist halt ein bisschen netter, ein bisschen freundlicher und sagt, ja, ganz so gut sind Sie dann auch nicht. Also ganz unangenehmes Moment, Sie sehen auch, es gibt überall, also überall Tachos. Ganz toll auf der SAP-Seite. MAN, total nette Leute, also sind super auch hier aus München, total lieb, total nett, sagen hier so in diesem Ding, oh, wir haben eine Business Intelligence-Lösung, da würden andere von träumen. Wir können jetzt hier steuern, wir können hier Sachen machen, Sie glauben es nicht. Dann sieht man eine Grafik, ein Tarometer, rot, gelb, super, anders, Schwellenwerte. Dann er sagt auch noch mal, hier, gucken Sie mal dahin und alle hier nicken und das ist wirklich so. Wir haben eine ganz tolle Lösung, nicht falsch verstehen, aber am Ende soll es alles immer auf so ein Tacho rauslaufen. So, und jetzt gibt es Herrn Bisshans, das sagen auch ein paar andere, aber Herr Bisshans macht das wunderschön. Ich habe auch mit dem Marketingleiter von der Firma Bisshans oft gesprochen und Vorträge gehalten. Die haben sich da verschrieben und haben gesagt, nie wieder Tachos. Tachos sind albern, Tachos machen wir nicht. Das ist einfach zu wenig Information, das ist nur eine Momentaufnahme. So, und Herr Bisshans, auch ein alter Hichert-Schüler, der so ein bisschen seine eigenen Wege geht. Sie sehen, die Notation ist nicht ganz so einheitlich. Sie sehen, man macht Blau für positiv. Warum auch immer, vielleicht wollte man das unbedingt oder weil angeblich die Kontraste oder weil es auch immer, ich weiß es nicht, er hat es mir auch noch nie erklärt. So, aber tolle Firma, tolles Produkt, kaufen Sie es, wenn Sie wollen, aber egal. der sagt Folgendes, Hausfrauen benutzen Tachos, um nicht geblitzt zu werden, wenn sie zum Einkaufen fahren. Kann ich sehen, 30, nicht 32, kann er geblitzt werden. Hausmänner auch. Also jetzt, so, auf jeden Fall, das, wenn Sie das am Manager zeigen, in Ihrer Firma und sagen mal, so steuerst du dein Unternehmen nach solchen Tachos und weißt du, wie Profis fahren, was Profis machen, die haben gar kein Tacho, die haben eine digitale Anzeige mit der genauen Geschwindigkeit, haben 1000 Informationen noch mehr, weil fahren Sie mal mit 230 in die Kurve, dann kommen Sie damit nicht mehr weit. Heißt, wenn Sie Ihre Manager mal fragen, wollen Sie Porsche GT-Fahrer sein oder Fiat 500 zum Einkaufen, Sie haben den Tacho weg. Sie haben den Leuten an der Ehre, an der Ehre gepackt. Zu guter Letzt noch, ich hatte versprochen, Wolf Schneider, der passt ja jetzt gar nicht hier in die Geschichte. Der passt ja überhaupt nicht, Sprachwissenschaftler, auch der geilste, wirklich der geilste Buchtitel aller Zeiten, Deutsch für Profis. Finde ich fantastisch. So, und da geht es Wege zum guten Stil. Wir haben gelernt, Musiker machen ein Notationskonzept. Wir haben gesagt, die machen das ordentlich, die nehmen ihre, klar, sie können jede Symphonie spielen, der Hichert wird es auch gleich sagen und hat es angelehnt. Jetzt ist was ganz Spannendes. Ich kenne jemanden, der sitzt im Orchester. So, und die junge Frau spielt in dem Orchester, das ist die Frau von einem Kunden von uns und der hat es erzählt, die machen jetzt sowas, Notation nach Hichert und die machen solche Geschichten und sie sagt, ja, Moment, das stimmt nicht ganz, wir machen ja nicht nur das. Obwohl ich hellhöre, ich in dem Moment und dachte, okay, wir kommentieren alle Sachen, die der Dirigent vorgibt. Die proben das, dann gibt es Kommentare, dann werden Interpretationen gemacht, dann wird gesagt, hier wird jetzt mal Pause gemacht, da müssen wir ein bisschen lauter spielen, da habe ich Zeit zum Reinigen. Es gibt also auf der Notation, die feststeht, die bleibt bestehen, gibt es dann Texte. Und da haben wir uns das auch mal überlegt und haben gesagt, man kann ja auch die Sprache mal anpassen, weil, sind wir ehrlich, Beeiler, Controller, wir sind alle kein Thomas Mann. Wir können keine guten Texte in der Regel schreiben. Es gibt Ausnahmen, Sie wissen das, aber normalerweise schwer. Weißes Blatt Papier, was schreiben, ist schwierig. So, und deswegen haben wir gesagt, wir versuchen mal, genau solche Regeln aufzusetzen, genauso in Textform. Warum? Also, Frau Flock kann dich nur wunderbar zeichnen, die ist auch noch in der Lage, Ihnen das alles mal zu erklären, ich kann das nicht mehr. Also nicht so gut zumindest. Nur Sie werden sehen, also wir sagen halt auch, die Texte müssen Sie standardisieren, Sie müssen Vereinbarungen treffen. Wie schreiben Sie Texte? Schreiben Sie Texte kurz, knapp, nur Hauptsätze? Lassen Sie Füllwerte weg? Im Grunde genommen haben wir wirklich keine Wahl. Meines Erachtens nach sollten wir eigentlich das ziemlich gute Angebot der Firma rasch annehmen. Richtig wäre, wir sollten das Angebot der Firma noch diese Woche annehmen, weil wir keine andere Wahl haben. Punkt. Also auch da kann man mal was machen, das ist so ein Workshop, einen Tag, das hat man dann drin, sich mal Gedanken auch über Sprache zu machen, gerade in diesen Zeiten der Kommentierungsfunktion. Dann habe ich gesagt, wir haben eine Methode, nach der wir auch vorgehen und wir behaupten, es gibt verschiedene Sichten im Unternehmen, die Sie haben sollten. Sie sollten die anders versorgen. Ein Analysten zum Beispiel, der braucht detaillierte Information, der braucht Drilldowns, der braucht tiefe Analysen und der braucht verschiedene Sichten auf die Daten, der muss da wühlen können, der muss da richtig reingehen können. Während so ein Allrounder, das sind oft so Controller, BI-Leiter, die sagen, ja, ich bin irgendwo dazwischen, ich kenne meine Rolle eigentlich gar nicht, aber ich möchte mal rein und so weiter und wir sagen, der Stratege, der steuert nach KPIs, nach Zielen, der braucht so eine Overview und braucht nur eine einzige Zahl, die stimmt. Alles andere führt zu Problemen. Heißt, der Analyst, strukturierte Daten, der kriegt eher Tabellen. Also das ist eher derjenige, der mit Tabellen arbeitet, der vielleicht visuelle Hilfe in den Tabellen hat, diese Hichert-Tabellen, der sich durchwühlen kann, machen kann, etc. Der Stratege kriegt hier so Überblicks-Grafiken, der kriegt solche Hichert-Grafiken und darf mal hier mit so Sparklines oder Microcharts, wie sie heißen, da in diese Tabellen rein. Sie haben also ein anderes Rollenverständnis. Jetzt erinnern Sie sich, ich habe gesagt, gliedern Sie das auf und jetzt gehen Sie mal zu den Leuten und sagen Sie, so ist eigentlich am besten für dich, meinst du nicht auch, wollen wir nicht mehr darüber reden, und machen das nur über die Grafik. Weil wenn Sie zur Farbteilung gehen und sagen, was braucht ihr? Alles. Jetzt gehen Sie mal hin und sagen, ja, was braucht ihr denn, um strategische Ziele zu verwirklichen, wie macht ihr das denn, wie müsst ihr das reporten, wie geht das denn weiter, was passiert denn da oder wo müsst ihr denn eigentlich rein? Also wo müsst ihr mal richtig reingehen? Und dann der Trade-off, wann ist Tabelle, wann ist Visualisierung? Und mein wichtigstes Credo ist, Sie dürfen durch die Visualisierung nicht mehr Aufwände kriegen. Wenn Ihre Performance runtergeht mit der Visualisierung, lassen Sie es sein. Wenn Ihre Aufwände hochgehen, dann lassen Sie es sein. Das kann nicht sein. Also wenn Sie da rumsitzen und die ganze Zeit bla 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 und machen und tun, dann hat das keinen Zweck mehr. Also dann machen Sie zwar hier die Bildchen und dann können bessere Erkenntnisse, aber wenn der Aufwand dann nicht ist, werden Sie nie Akzeptanz haben. Sie werden immer wieder aufweichen, werden es doch nochmal anders machen, Sie werden es halt nie kriegen. Das bedeutet einmalig mit dem Thema auseinanderzusetzen, mal alles verbieten, was an Grafiken doof ist, was man lässt, wo man keine Diskussion hat, Regeln einmal vereinbaren, sich dran halten, Fachabteilung einmal unterschreiben lassen, weil die nerven mit der Zeit wieder. Also Sie kommen dann wieder um die Ecke und sagen solche Sachen wie, ach, das müssen wir doch mal in 3D-Torte. Das aber schon. Können Sie sagen, hier Konzept, hast du auch mit verabschiedet. Geht. Bedeutet, Sie kriegen Geschwindigkeit. Das nächste ist, den Allrounder sagen wir immer, visuelle Tabelle. Wenn Sie jetzt mit dem Thema anfangen wollen, sagen, ich bin so begeistert, das machen wir morgen. Fangen Sie mit der visuellen Tabelle an. Da haben wir eine Nutzerakzeptanz von 99%, wo die Leute sagen, cool, also besser als eine Tabelle, ich sehe halt Ausreißer schneller, aber mir auch noch nicht so fancy, wie so eine Visualisierung, wo die Reise hingeht. Wir sagen immer, visuelle Tabelle, Tabellenkonzepte, da ziehen Sie das alles gerade, als nächstes dann die großen Überblick und dann gehen Sie erst an das Top-Management. Machen Sie erst mal hier so die wichtigsten Dinge. Kurz vor Schluss hier jetzt auch nochmal Checkliste zum Erstellen eines Dashboards. Sie merken, das Einzige, wo wir hier auch Schrift auf unseren Folien haben, wir sind es eher sehr visuell unterwegs. Fragen Sie sich bitte, wofür braucht der Empfänger das Dashboard? Das fragt man nicht. Der braucht das, um irgendwie zu steuern. Fragen Sie sich das. Also braucht er das zum Monitoren, eher operativ? Ist das so eine Geschichte, wo der schnell Veränderungen sehen muss? Ist das eine Sache, strategische Entscheidungen zu treffen oder will der an die Daten ran? Je nachdem muss Ihr Dashboard anders visuell aufgebaut sein. Es müssen andere Hilfen sein. Welche Informationen werden benötigt? Auch eine Klassikerfrage. Dann gehe ich immer hin mit der BI-Abteilung, sage, so jetzt Fachabteilung, erzähl mal, welche sind wichtig und welche sind nice to have? So, das ist der beste Trick aller Zeiten, sage ich Ihnen. Es passiert nämlich Folgendes. Die Leute müssen sich einmal committen, was wichtig ist und nice to have schreiben Sie zwar auf, aber setzen Sie nie um. Also, bedeutet dieses nice to have ist eigentlich schon so eine Kategorisierung, wo Sie echt mal auf das Wichtigste abziehen können, wo Sie echt mal sagen können, das sind wirklich die Punkte, um die es geht. Stellen Sie dargestellten Informationen in Bezug zueinander. Das ist diese Strukturlögerung, nachdem Sie logisch gruppiert. Vergleichen Sie bitte nicht Euro-Paletten mit den Umsätzen des Gesamtergebnisses auf einer Seite. Das macht einfach keinen Sinn. Das verwirrt die Leute. Das macht nichts. Bieten Sie das nicht so in einer übergreifenden Dashboard-Ansicht. Dann Filter- und Drill-Down-Möglichkeiten. Bitte machen Sie das nur, wenn es auch sinnvoll ist. Nicht nur, weil es geht. Nur, weil der Nutzer jetzt durch alle Jahre durchdrillen kann, geben Sie Ihnen das nicht. Sie machen sich nur das Leben schwer. Geben Sie nicht immer so viel Freiheit weg. Manage Self-Service. Geben Sie bis zu einem gewissen Grad, was der auch wirklich braucht. Dann nutzt der Anwender diese. Wenn Sie einen Betriebsrat haben, der es zulässt oder Sie haben halt keinen, dann kann man sowas auch mal machen und tracken lassen, wie das Nutzungsverhalten von denen ist. Schockierend teilweise. Aber es wird besser. Und auch so eine Frage, wann werden die Daten aktualisiert? Fragen Sie die Fachabteilung, sagen die in Echtzeit immer. Das dauert. Deswegen auch ab und zu reichen, vielleicht nur monatlich, wöchentlich, täglich. Und das machen Sie, beschreiben Sie einmal für jedes Dashboard, für jeden Report einmal runter. Und Sie merken, das gilt dann für 30, 40, 50 Dashboards, für 30, 40, 50 Reports. Also es ist eigentlich die Logik, wenn Sie einmal eingebaut haben, funktioniert durchgängig. Kurz zum Schluss, Sie sollten das machen, spart Zeit, höhere Effizienz und bessere Entscheidungen. Wenn Sie jetzt sagen wollen, Mensch, ich mache jetzt diese Hichert-Kiste, das habe ich jetzt bei Twitter gelesen, Lars Schubert hat ein Hichert-Addon und sagte, und dann kam die Realität. Was ich schon sagte, es ist relativ schwer, das umzusetzen, durchzusetzen. Sie brauchen Sponsoring, Sie müssen sich mit Leuten abstimmen, es sind viele Workshops nötig. Sie müssen wirklich was tun. Vorgehensmodell, bestimmen Sie Ihre Rahmenbedingungen, gucken Sie, was Sie haben, kaufen Sie nicht alles neu. Machen Sie erst mal, was Sie haben. Dann gehen Sie auf die Ausbildung, sagen Sie, die Leute müssen verstehen, den Change werden Sie nur kriegen, wenn die Leute in Ihrer Firma kapieren, ach, darum geht es. Wenn es Leute nicht mittragen, vergessen Sie es. Vergessen Sie es, wirklich. Also, Sie müssen alle abholen, Sie müssen Werbung machen, Sie müssen zustehen und Sie müssen auch mal Konfrontationen aushalten. Dann, Entscheider haben eigentlich wenig damit zu tun, IT auch nicht, der Fachbereich ist eigentlich derjenige zum Schluss, der sich committen muss. Wenn die sagen, das machen wir, dann funktioniert es auch. Erfahrungsgemäß. Führen Sie eine Unternehmensnotation ein auf tausend Seiten, einer Seite, fünf Seiten, 23, mir egal, machen Sie was. Lassen Sie keine Willkür in Ihr Reporting. So, bedeutet, Entscheider greift darauf zu, IT und BI und Fachbereich hat so Checklisten und kann sagen, zack, 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 es ist einheitlich skaliert, es wird alles ordentlich gemacht, es gibt Strukturen und so weiter. Gehen Sie iterativ agil vor. Wie wir jetzt gehört haben, auch von dem Herr Lerner, es passiert ja Folgendes, Fachbereiche denken sich jetzt mal völlig, ich habe jetzt ganz viele Fachbereiche eingehauen, aber Fachbereiche denken sich ja völlig zu Recht ab und zu mal neue Sachen aus. Denken Sie an die Family Card und da gehen Sie bitte in Iterationen vor. Also da versuchen Sie die Businessfrage von denen zu verstehen. Versuchen Sie das zu verstehen, was brauche ich eigentlich? Sie sind ja jetzt, haben Sie auch Data Vault nach heute eingeführt, ist ja kein Problem mehr für Sie, machen Sie ja sofort. Dann können Sie agil einmal bis ganz nach unten durchgreifen, von der Source es rumschmeißen, machen, tun, oben anpassen, agil, Iterationen, perfektes Leben. Ein Unternehmen kennen wir bisher, ne? Die machen es aber richtig gut jetzt. Aber, so, also bleiben Sie auch da, agil, da sehen Sie auch die Brücke, dass das Data Vault uns ermöglicht, neue Anforderungen mit der festen Notation, ziemlich schnell. Sie sagen, strategisches Dashboard, die Fragestellung, mit den Sachen, die Daten, ach, da brauchen wir neue Daten dazu, mit Data Vault ran an die Geschichte, zack, Sie haben ein einheitliches System. Nur, wenn Sie jetzt gehen, zur Fachabteilung sagen, ich möchte mich heute über Data Vault unterhalten, viel Spaß. Also versuchen Sie immer über den Report zu gehen. Wenn Sie es einführen wollen, starten Sie klein, ganz, ganz klein und versuchen Sie dann, das Unternehmen zu infizieren. Machen Sie nie die große Welle, holen Sie nicht alle Leute an den Tisch. Funktioniert nicht. Haben Sie keinerlei Chance. Dann, ich zeige immer dieses alte Beispiel, deswegen bin ich auch verpflichtet, mal das neue Beispiel zu zeigen. Wurde mir mehrfach zugesteckt. Herr Wiener, Sie zeigen da ein altes Beispiel. Das ist alles viel besser geworden. Das ist alles viel schöner geworden. Sehen Sie sich mal in die Kritik. Spielkinder, albern, Glücksrad. Aber man sagt, man hat jetzt Information Design gemacht, man hat den Hintergrund weiß gemacht. Wenn Sie es jetzt so. So, aber ich will es gar nicht sagen, es ist wirklich anders geworden. Die bewegen sich alle sehr. Also ich stand jahrelang hier und habe immer gesagt, Produkthersteller, die bewegen sich nicht. Der Kunde muss kommen. Jetzt würde ich sagen, die Produkthersteller machen viel. Es gibt viele tolle Lösungen. Wir sind immer ganz froh, wenn wir irgendwo hinkommen und es ist schon irgendeine Hichert-Lösung, irgendeine Sache ist da. Aber zum Durchbruch und zur Akzeptanz, dass es funktioniert, das machen wir meistens immer so im letzten Schritt. Bedeutet, wenn Sie jetzt das Glück haben sollten, Data Warehouse auf der Grünwiese oder Sie sind völlig frei, Sie haben jetzt Millionen gekriegt, weil Sie jetzt sagen können, alles klar, wir sollen hier unsere IT-Systeme, BI-Systeme nochmal richtig aufbauen. So ein ganz neues Data Warehouse. Dann machen Sie bitte Folgendes, definieren Sie als erstes Ihre Berichte. Alle erst mal die Berichte, die Sie haben wollen. Nicht die Möglichkeiten, die sich alle bieten, sondern das, was Sie haben müssen, um Ihr Geschäft zu steuern. Das kann ein Controller auf einem Stück Papier erst mal machen. Sie haben einen Riesenvorteil. In dem Moment, wenn dann alle die Tool-Hersteller antanzen, wir sind oft in diesen POCs dann dabei und müssen unsere Meinung zur Visualisierung sagen und ist das was? Und ich immer so, die sind doch nett. Nein, also es ist dann so, die kommen alle angetanzt, machen Bauchladen und sagen, das können Sie denn alles machen, weite Welt und Sie als Fachabteilung, Self-Service und so weiter und so fort. Wenn Sie Ihre Berichte schon definiert haben und dann sagen können, könnt Ihr das? Es muss ja nicht sofort die absolute Hichert-Grafik sein. Es muss ja auch nicht sofort Stephen F.U. sein. Es muss erst mal sagen, das wollen wir haben und dann bauen Sie alles andere drunter. Gut, in dem Sinne, damit Sie auch pünktlich zu Keynoten kommen, Sie sehen, das Fotoshooting war sehr amüsant, als wir das gemacht haben. Sie erreichen uns unter folgenden Adressen. Sie dürfen natürlich dort hinten, es gibt verschiedene Poster, beziehungsweise es ist eigentlich nur ein Poster, aber es sind verschiedene Ausführungen des Posters. Können Sie sich gerne mitnehmen, hängen Sie sich das am besten ins Büro, zu Hause, übers Bett oder wo Sie es auch immer haben wollen. Ist frei für Sie, können Sie gerne holen. Ich glaube, im IT-Genstand gibt es auch noch ein paar mehr. Wenn Sie jetzt auch mögen und möchten gerne das haben, diese Geschichte hier, jetzt können wir Ihnen leider, Frau Flock wird jetzt hier wahrscheinlich nicht irgendwie 50 Mal das nochmal abmalen. Wir könnten Ihnen Folgendes anbieten, wir werden das nochmal fotografieren, dann würden Sie es als PDF bekommen, dann hätten Sie so eine Zusammenfassung, müssen Sie nicht mitschreiben. Wenn Sie es wollen, können Sie am Ausgang Ihre Visitenkarte reinschmeißen, keine Angst. Wenn Sie jemand irgendeine E-Mail schreibt, dann bin ich das persönlich. Wenn Sie Glück haben, ist es die Frau Flock, aber sonst werden Sie auch nicht weiter belästigt. Sie kriegen in erster Linie das und werden vielleicht mal zu einer Veranstaltung eingeladen. Also haben Sie keine Scheu und sonst beschweren Sie sich bei mir, wenn irgendjemand Sie anruft und Sie nervt. Oder bei mir. Oder bei ihm. Fragen? Meinungen? Tomaten? Wer hat sich von Ihnen schon mal an dem ganzen Thema Hichert versucht? Wenn Sie ganz laut schreien, wie hat das geklappt? Gut, sind Sie durch? Jawohl. Noch nicht? Ah, schon. Also Sie haben auch klein angefangen mit einzelnen Etappen. Darf ich fragen, auf welchem Tool? Okay, aber dann sind Sie schon ein bisschen kreativ unterwegs an der einen oder anderen Stelle. Ja, ne? Gut, hilft ja nichts. Das ist aber auch so eine Story, finde ich ja gut, finde ich ja klasse erst mal. Sie müssen immer die Aufwände auf der anderen Seite nochmal in Betracht ziehen. Wenn Sie ewig an diesen Visualisierungen sitzen, hey, machen Sie es nicht. Sie werden nicht glücklich darüber. Sie kaufen Sie Templates, kaufen Sie Add-ins, das funktioniert alles sehr, sehr gut. Wenn Sie es nicht brauchen, bauen Sie es so bestmöglich. Es gibt halt auch noch eine Welt zwischen 3D-Pi-Chart und Abweichungen prozentual kumuliert mit Underscore dargestellt. Es gibt auch noch was dazwischen. Ich bin der Freund davon, wenn Sie ganz weit nach rechts Richtung Hichert gehen, finde ich ganz, ganz toll. Kann man ganz viele tolle Sachen machen, weil dann habe ich halt auch den Vorteil, ich rede nur noch inhaltlich, fachlich über die Reports, wie man sie strukturiert, aufbaut, was ist wichtig. Report-Reduzierung, das ist dann meistens mein Thema. Deswegen, ich muss nicht immer jedem erzählen, oh, das 3D-Pi-Chart ist aber gruselig oder machen Sie die Vorjahre grau. Also ganz ehrlich, das können Sie auch allein, da brauchen Sie mich nicht für. Dann die gleiche Frage von mir. Wer von Ihnen hat schon Data Vault im Einsatz, im Warehouse? Und, sind Sie zufrieden damit? Klappt es gut? Können Sie ja heute viele Ideen mitnehmen, was noch zu machen ist. Und dann natürlich die Frage von uns beiden, wer hat es schon zusammen gemacht? Okay, hat sich eigentlich ja übrig, die Frage. Hinten ist der Fachbereich mit Notationskonzept, vom Information Design hier vorne, Data Vault. Wie finden Sie die Idee, das alles zusammenzubringen? Finden Sie sich wieder? Also die Streber aus der ersten Reihe sagen, ich mich schon. Ich übersetze das mal für Sie. Also wir müssen dazu Folgendes sagen. Sie merken ja auch, wir sind noch ein bisschen getrennt in den Geschichten, die wir hier so erzählen. Wir haben Ansatzpunkte, wir versuchen das stärker zusammenzuführen. Wir sind hier am Anfang. Also ich finde, die TDWI ist auch immer dafür da, um mir etwas Neues zu zeigen, einen anderen Ansatz zu zeigen, mal übersagen, was man sich überlegt hat. Also wir wollen Ihnen hier kein fertiges Produkt verkaufen im Sinne von, das ist durch, machen Sie es so. Also das ist wirklich so eine Entstehung. Ein Kunde ist da jetzt sehr, sehr gut mitgefahren. Also der hat beides genau eins zu eins so gemacht. Der hat erst das Information Design, er war in erst die Anforderungen, war Mittelständler, der ist halt extrem gewachsen. Also der hat Milliarden auf einmal gemacht und die ganze IT-Infrastruktur kam nicht nach. Und die hatten dann das große Glück, dass sie halt sagen konnten, wir machen erst unsere Berichte und brechen es dann runter. Dann habe ich gesagt, so ist es ja entstanden, dann habe ich gesagt, Dirk, magst du da nicht mal vorbeigehen und das mal den Keller aufräumen, mal Hausaufgaben machen? Und dann haben wir gesehen, zack, zusammen. Also wenn Sie das große Glück haben, also gerade wachsende Mittelständler, für die ist das garantiert was, weil sie dann mit modernsten Methoden auf die Sache gehen, brauchen aber nicht die teuersten und besten und riesigsten Techniken dahinter. Und auch große Konzerne, gerade im Thema Data Vault, denke ich immer, sieht man ja, dass sie auch im Refactoring-Ansatz und dass sie auch mit Data Vault vieles mit der Methode erreichen können und nicht immer alles neu machen müssen. Weil dann kommen die ganzen neuen Probleme und im Information Design genauso. Laufen Sie nicht den Sachen hinterher, sondern machen Sie das Bestmögliche aus Ihren Dingen. Ich wiederhole die Frage. Ich wiederhole die Frage. Die Frage war, ob ich glaube, dass es reicht, das Buch von Dan Linstedt zu lesen und ein erfolgreiches Projekt zu machen oder ob es nicht besser wäre, mich mitzuholen in das Projekt. Also so in etwa war die Frage. Ich bin ja neutral. Ich würde die Frage nicht beantworten. Ich sage, es lohnt sich, ihn zu holen. Ich bin ja völlig neutral. Ich sage nur, Empfehlungen zu geben. Nein, Sie brauchen, also Sie brauchen, glaube ich, sogar dir bei mir. Wir brauchen, also wir merken, dass ja, die Methode ist das eine, das Umsetzen das andere dann. Ja, okay. Also hier gerade für hinten zum Verstehen, also das Data Vault Projekt wurde eingeführt mit dem Dienstleister. Der Dienstleister musste selber erst das Buch lesen und deswegen war auch gerade der Kommentar, wir arbeiten noch am Notationskonzept unter endgültigen Ausarbeitung nach über einem Jahr und da ist in der Tat so und es zeigt auch die Erfahrung aus Holland, jetzt die sind uns zehn Jahre voraus, was das Thema Data Vault betrifft. Die sind uns wirklich zehn Jahre voraus, was den Markt betrifft. Die haben über 500, inzwischen über 600 Installationen im Warehousing mit dem Data Vault. Das wird schon gar nicht mehr thematisiert, großartig. Aber dort ganz klar die Botschaft hier von Ronald Demhoff, Martin Evers aus meinem Netzwerk, die sagen, fangt ein Projekt an mit Leuten, die sich schon auskennen. Und wenn es nur zu Beginn ist, um euch die Stolpersteine aus dem Weg zu räumen, um zu erklären, wie das eigentlich mit der Datenmodellierung funktioniert, weil Data Vault ist eine Methode der Datenmodellierung. Das heißt nicht, ich kann die Datenmodellierung ignorieren. Im Gegenteil, ich muss Datenmodellierung machen. Ich muss das auch noch verstehen, das kommt noch hinzu. Und da ist natürlich wie im Information Design, wenn Sie hier mal die Experten mit reinholen, zumindest zum Anfang und Ihnen zeigen, wo geht der Weg hin und dann weiter bekleidenden Projekten habe ich selber sehr, sehr gute Erfahrungen gemacht, dass dann das Projekt auf den richtigen Weg kommt. Also nehmen Sie bitte keinen Dienstleister, der ein Buch vorher liest und Ihnen dann Schulungen zu dem Thema gibt. Nehmen Sie lieber einen Dienstleister, der ein Buch geschrieben hat. Nein, also jetzt ohne Spaß, ohne Spaß, wir haben das gemerkt, wir haben das halt, glaube ich, vor vier Jahren erstmalig dieses Visualisierungsthema für uns hier vorgestellt, nachdem kam das Buch, etc. Was ich vor vier Jahren erzählt habe, was so sehr theoretisch war, ist immer weiter, die Theorie ist immer weiter in den Hintergrund gegangen, es geht immer mehr jetzt in die Umsetzung rein. Also es ist so, die Theorie, das kennen jetzt mittlerweile viele, das kann man sich mal antun, das lernt man auch und das ist auch gut und das ist auch wichtig, das muss man auch mal machen, aber die Awareness, der Spaß daran, dass die Leute hinterstehen und die Methoden, wie setze ich es tatsächlich um, wie oft muss ich mich treffen, muss ich jetzt dreimal die Woche im Workshop mit allen Leuten zusammen machen oder reicht es so, da ist es eigentlich erst jetzt die letzten Jahre, muss ich sagen, spannender geworden, anders geworden und durch das iterative Vorgehen, wir sitzen zum Beispiel keine fünf Stunden, keine fünf Stunden ist gut, keine fünf Tage beim Kunden, weil wir sind immer nur iterativ dann mal wieder da und gucken, wo geht es hin und wo ist die Reise, also sie können glaube ich, solche Projekte, solche Geschichten müssen sie selber leben, das können die Unternehmen selber machen, sie können das hier nicht von außen einkaufen, das muss kulturellen Wandel geben und der dauert auch mal einen Moment länger, das ist nicht so klack, ich mache das jetzt, sondern beides zusammen ist immer so sehr lange Halbjahre Überprüfung, Loops drehen, also das ist, wir haben es gehört, noch nicht fertig, aber schon mal super läuft, freut mich total und da muss man dann gucken, wie man ist. Wir haben halt die Erfahrung gemacht, die Akzeptanz steigt extrem, wenn man durch diesen agilen Ansatz, den wir fahren, sehr schnell mal kleine Datenmengen hat und die sehr schnell visualisieren kann, den Report so auszudehnen, wenn er standardisiert ist, ist überhaupt kein Problem, weitere Kennzahlen reinzubringen, weil es ist ja alles schon fertig, die Muster sind fertig und dann kann ich unten Stück für Stück dranbauen, ich kann zum Fachbereich sagen, guckt her, so werden eure Berichte zukünftig aussehen, die sind noch nicht fertig, aber sie sehen, in die Richtung geht es und das sind die Daten, die wir jetzt schon geladen haben, sind es die Daten, die ihr erwartet und dann entsteht eine sehr, sehr schnelle Akzeptanz auch im Unternehmen und vor allem in den beteiligten Projektbereichen, die mit drin sind und genauso haben wir jetzt auch unseren Vortrag zusammengebaut, sind da sehr agil vorgegangen, das Poster ist sehr agil vorgegangen, wir sind innerhalb kürzer Zeit fertig geworden und wir haben praktisch die Methoden, die wir jetzt Ihnen gezeigt haben, selber verwendet, um das hier alles zusammenzubauen, sozusagen, ja. Dann viel Spaß bei Professor Glocker-Hichert, sehr empfehlenswert, ganz toll, also sollte man mal gesehen haben, gehen Sie ja hin, Sie haben 15 Minuten Zeit, nehmen Sie ruhig einen Poster mit, wenn Sie wollen, nehmen Sie einen Poster mit, geben Sie uns Ihre Visitenkarte, dann kriegen Sie Graphical Recording zugeschehen. Dankeschön. Vielen Dank.